So, dann fangen wir mal an. Beamer ist an, Controller in die Hand, ist das tief. Hi und herzlich willkommen beim Desktop-Tour-Simulator 2017. Ja, moin Leute. Super geil, dass ihr Video mit eingeschaltet habt. Ihr habt es gerade schon gesehen im Intro. Es ist der Desktop-Tour-Megamix 2017. Und ich will ein paar Worte dazu verlieren. Erstmal entschuldige ich mich, dass es so lange gedauert hat. Ich arbeite aktuell in der 38-Stunden-Woche und es ist echt schwierig, nebenbei noch Zeit zu finden. Neben dem Sozialleben und allem anderen Zeug, was man sonst noch macht. Und dann möchte ich sagen, richtig cool, wie viele von euch mitgemacht haben. Ich freue mich so. Ich denke, es ist ein richtig cooles Video geworden. Auf jeden Fall viel Spaß beim Zusehen, wenn ihr es gleich anseht. Das Video ist unterteilt in drei Teile. Es gibt die Laptops, es gibt die Desktops und es gibt die ein bisschen verrückteren Videos, die hier eingeteilt sind. Wir fangen an mit den Laptops, Desktops und dann die verrückteren Videos. Alle Timecodes dafür sind auch unten in der Beschreibung. Da kann man draufklicken und dann springt man direkt an die Stelle. Das ist eigentlich ganz praktisch. Meine Desk-Setup-Tour für das Setup, was hinter mir steht, was jetzt nur noch zwei, nicht mehr drei Monitore hat, ist noch mit drei Monitoren. Ansonsten komplett gleich ein eigenes Video. Und das findet ihr am Ende des Videos verlinkt oder unten in der Videobeschreibung. Von daher viel Spaß beim Zusehen. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Viel Spaß. Setup-Tour 2017. Als Monitor verwende ich den Samsung S27 Zoll E330. Direkt daneben stehen meine No-Name-Lautsprecher. Auf einem der beiden Lautsprecher befindet sich mein AKG-Kopfhörer. Ebenfalls auf dem Tisch steht meine No-Name-Lampe. Als Computer verwende ich den Lenovo Yoga 14 Zoll mit ausreichend Anschlüssen. Meine Tastatur ist eine Logitech K270 und eine M185 Maus. Hallo, ich bin Leo vom YouTube-Kanal SirLeo. Das Herzstück meines Schreibtischs bildet das neue 2016er 310 Zoll Macro Pro mit der Touchbar. Daneben steht noch ein 24 Zoll Full HD Samsung Monitor für Filme und Videos. Als Anlage nutze ich ein Logitech THX 5.1 Surround Sound System. Eine Besonderheit auf meinem Schreibtisch ist der Konrad RF100 3D Drucker. Das war mein Schreibtisch-Setup. Wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, dann schaut doch mal auf meinem Kanal vorbei. Und sonst noch viel Spaß bei der weiteren Tour. Mein Schreibtisch. Mein Schreibtisch besteht aus zwei Alex-Schubkästen und einer 1,5 Meter langen limmenden Tischplatte. Gehen wir mal von links nach rechts. Als Erster steht links ein Mikrofon, mit dem ich gerade aufzeichne. Anschließend eine Lampe, dann eine IKEA-Pflanze, Schreibzeug, Bücher und ein Fake-MacBook. Unter dem Tisch hängt noch ein Kabelkanal, dass mein Kabelbusch nicht zu sehen ist. Hallo, ich bin Patrick von Pettex und ich zeige euch heute mein Schreibtisch-Setup. Dort stehen ein 24 Zoll und ein 22 Zoll Monitor von Samsung und LG. Dazwischen eine Playstation 3. Das Herzstück meines Setups ist das 13 Zoll MacBook Pro mit Retina-Display aus 2015 mit einem 2,7 GHz Intel Core i5. Tastatur und Maus sind von Rappu. Unter meinem Schreibtisch ist ein Amazon-Fire-TV-Stick und der Chromecast in einem selbst gebastelten Kabelkanal, das alles schön clean aussieht. Hi Valentin, mein Name ist Jonas und heute zeige ich dir mal meinen Schreibtisch. Also zuerst haben wir mein iPad 1,9,7 in der Farbe Space Grau mit 22 GB, ein MacBook Pro 13 Zoll Retina aus 2015, mein Logitech MX Master in Navy Blue, mein Bose Soundling Mini 2, die Bose QZ35, dann hier noch meine Apple Watch Sport mit einem Philips Lightning Dock mit Lautsprechern, hier noch ein paar Stifte und Electronic Stuff, hier ein Auto von mir, meine Verpackung von meinem iPhone 7, ein Spielzeugteil und ein Beitragsauto. Das war's im kleinen Video. Ciao! Hallo, das ist mein Schreibtisch. Mein Schreibtisch besteht aus zwei aneinander geschraubten Ikea-Schreibtischen. Auf ihm steht ein 21 zu 9 Monitor, mein MacBook Pro, Kopfhörer und Lautsprecher von Bose und mein alter Windows-PC. Auf der rechten Seite finden wir Sachen für die Schule. Da ich noch einen kleinen Tipp geben will, ich erweitere meinen Speicher von meinem MacBook Pro mit einer Samsung SSD, einem Kursenkabel und Klettverschluss. Schönen Tag noch! Herzlich willkommen zu meiner Desktur. Das ist mein Schreibtisch. So schaut im Komplettformat aus. An meiner Xbox vorbei, meinem 4K Dell UHD Monitor, Magnat, blau, 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 Lenovo, das Keyboard-Tastatur, meine Controller, meine Spiele. Und so sieht es aus, wenn es Nacht ist. Hey, ich zeige euch jetzt mein Setup. Ich benutze aktuell drei Monitore. Darüber steht meine Logitech Streaming Webcam. Dazu gehört auch ein ordentliches Mikrofon. Als Daily Driver benutze ich mein iPhone 7 Plus. Und als Tastatur habe ich eine Rocket-Tastatur und als Maus habe ich die Logitech MX Master. Hier ist mein Laptop, ein Lenovo Y910. Dahinter steht mein alter PC und wenn ihr wissen wollt, was das hier ist, dann könnt ihr auf meinem Kanal vorbeischauen. Bei mir beherbergt eine Ikea Limnen Desk Tischplatte und ein Alex Draw, alles, was ich zum Kreativsein brauche. Dazu zählt in erster Linie ein AOC 23 Zoll Monitor und als Zweitrechner ein Acer Swift 3. Für diverse Mikrofone benutze ich ein Behringer Xenix Y302 und für Eingaben à la Art tippe und klicke ich auf eine Rappu-Maus- und Tastaturkombination herum. Mein Ton stammt dabei aus einem AUNAMIC 900B und für die ordentliche Rechenleistung sorgt mein PC mit NVIDIA GeForce GTX 960 und AMD FX 6300. Ich habe hier mein MacBook Pro, dann habe ich hier meinen Drucker mit eingebauter Scan-Funktion und hier habe ich viele, viele Kabel. Hier habe ich viel Papierkram, wie Briefumschläge, auch Powerbanks und so weiter. Und hier drüben habe ich ein Kamera-Equipment und ja, hier habe ich noch eine Box mit Erinnerungsstücken von Events, von denen ich berichtet habe, solche Techniken messen etc. Drüben noch mein Mikrofon für Podcasts und so, das war's auch schon. Hey Valentin, ich bin Tech Nils und in diesem Video zeige ich euch mein Desk-Setup. Auf meinem Schreibtisch befinden sich einmal die zwei Wavemaster MX3 Plus Lautsprecher, ein 23,8 Zoll Medienmonitor und mein iMac aus 2011. Als Maus und Tastatur verwende ich einmal die Medium-Bluetooth-Tastatur und eine Apple Magic Mouse 2. Unter meinem Schreibtisch befindet sich dann noch ein USB-Dock, an das ich mein Handy und meine Kopfhörer anschließen kann. Das war's mit meinem Desk-Setup und jetzt noch viel Spaß mit den anderen Einsendungen. Als Schreibtischplatte verwende ich eine Gärtenholzplatte von Ikea. Diese wird gehalten von zwei Alex-Ikea-Schränken, die wirklich eine Menge Stauraum bieten. Das Herzstück meines Schreibtisches ist ein MacBook Air aus dem Jahr 2013, das hoffentlich bald gegen ein MacBook Pro eingetauscht wird. Den Ton liefert mir die 5.1 Logitech Z5500 Anlage, die sowohl an den Computer als auch an den Fernseher angeschlossen ist. Meine Audioaufnahmen mache ich mit dem Rode NT1A, das an ein kleines Behringer Interface angeschlossen ist. Neben meinem Mikrofon befindet sich dann noch eine Schreibtischlampe und unter meinem Schreibtisch ein alter Windows-PC. Und wenn ihr jetzt noch Lust auf Vlogs und Technik habt, schaut einfach ab September auf diesem Kanal vorbei, haut da rein. Hi, ich bin der Robert und das ist mein Schreibtisch. Das Herzstück bildet mein Microsoft Surface Pro 4 mit i5 und 8 GB RAM. Angeschlossen an einen 22 Zoll Full-HD-Monitor, fungiert es als PC-Ersatz und auch das Arbeiten mit Adobe Illustrator oder Visual Studio zum Programmieren sind kein Problem. Im Tablet-Modus nutze ich das Surface auch gerne auf der Couch für YouTube und Co. Als Smartphone ist das Microsoft Lumia 59 XL im Einsatz. Zusätzlich habe ich ein Microsoft Band 2. Mein Schreibtisch besteht aus einer Ikea-Platte, Füßen und einem Schublade-Element. Hier ist mein Audio-Herzstück, das Behringer Xenix 2202. Ganz links eine Lampe, eine kleine Pflanze, Schreibzeug für die Schule, Souvenir, eine Uhr und schlossendlich noch mein Schulzeug. Danach noch mein Herzstück, mein Laptop. Besucht auf jeden Fall meinen Kanal Joel Willi. Hallo, mein Notebook ist das Asus N751JX. Als Maus verwende ich die Creative Sound Blaster. Dann habe ich hier noch eine kleine Arena für alle meine Sticks. Mein Lichtspender ist von Levivo. Als Gaming-Headset habe ich die Logitech G933. Meine Lautsprecher sind die Canton Quinton 510. Auch zu empfehlen sind meine Sennheiser HDR RS165. Einen Schreibtischstuhl kann ich allerdings nicht empfehlen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hi, mein Name ist Silas vom Kanal SilasJP und das hier ist mein Schreibtisch. Das Kernelement bildet mein 2015er Retina MacBook Pro gesteuert von der Logitech MX Master und dem Apple Wireless Keyboard. Daneben lade ich mein iPhone und die Watch mit dieser Ladestation. Als Monitor verwende ich diesen Samsung 4K Monitor und zwei Logitech Lautsprecher sorgen für den passenden Sound. Alles steht auf der Kombination aus zwei Ikea-Alex-Lücken und einer Ikea-Küchenplatte. Als Stuhl verwende ich diesen orange warbenden Sessel. Über meinem Schreibtisch habe ich jeden Film, den ich bisher gemacht habe, auf DVD. Das war mein Setup. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao. Eine Desktour in 30 Sekunden? Kein Problem. Das Herzstück meines Setups ist ein HP-Laptop. Um genau zu sein, der AB008NG in der 17 Zoll Variante. Dieser wird von einem Zweitbildschirm derselben Marke unterstützt. Daneben noch eine No-Name-Maus auf einem Rocket Kanga. Für Style-Punkte sorgt ein Galaxy S7 auf einer Smart Turtle, die ich bei Felix Bar abgestaubt habe. Für guten Sound sorgt ein T-Bone-Mikrofon, für Licht sorgt eine passende Lampe und software-technisch bin ich mit Adobe unterwegs. Peace. Hey, ich bin Basti vom YouTube-Kanal Technic Reviews und das ist mein Setup. Gepowered wird alles vom 2016er MacBook Pro. Daran angeschlossen ist ein Bankmonitor. Über den USB-C habt ihr unter dem Tisch hängt. von Samsung. Erstmal für einALLet. Upd orphers. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hi und willkommen auf meinem Bürotisch. Darauf befindet sich mein selbstgebauter High-End-PC. Sonst habe ich noch ein XXL-Mauspad mit meiner Gaming-Maus, einer No-Name-Mechanischen Tastatur, die so gut wie unzerstörbar ist, einen billigen Full-HD-TV, den ich als Monitor verwende, mein Laptop für das Streaming und Reisen, alte Hammer-Kopfhörer und auch Bluetooth-Kopfhörer von August, ein Webcam bzw. Handyständer, den ich aus einem Selfiestick, einer Soundbox und einem Schuh zusammengebastelt habe, mein Vakuum-Zeichentablet, dann noch mein Samsung Galaxy Tab 2 Tablet und eine Lampe, die Tageslicht simuliert. Auf meinem Schreibtisch befindet sich eigentlich nur ein Mac Mini aus dem Jahre 2012, die Tastatur mit Trackpad und einer Maus. Als Monitor verwende ich einen 21 zu 9 LG-Monitor mit eingebauter Fernsehfunktion. Dieser hängt mit minimalem Abstand an der Wand. Zusätzlich habe ich noch ein Blu-ray-Laufwerk und eine Stereo-Anlage an meinem Computer angeschlossen. Dabei habe ich den Verstärker unauffällig in meinem Schubladenschrank integriert. Das ist mein Setup. Eine Logitech K800 und eine M705. Mein Rechner mit den Daten rechts unten. Dies ist mein Monitor. Ein Samsung Sync Master 226 BW. Für Sound sorgen die Logitech Z4 Boxen mit Zapphufer. Für Reisen benutze ich meine Bose QuietComfort 35. Das war mein Setup. Danke fürs Zugucken. Hallo Valentin und hallo YouTube. 30 Sekunden sind verdammt wenig Zeit. Fangen wir an mit einer totalen Meines Setups, in der wir alles sehen können. Angefeuert wird das Ganze durch einen 6-Kern Late 2013er Mac Pro, der mit Apple Wireless Tastatur und Maus bedient wird. Hier haben wir jetzt ein paar Figuren, die mein Setup auflockern sollen. Und die sind hauptsächlich aus Loot Raider Boxen. Ja, das ist meine erste Backup Platte. Das sind meine Daten drauf. Das ist jetzt nochmal ein Bild von meiner Geburtsstadt Düsseldorf und mein selbstgemachter YouTube Reward. Auf meinem Schreibtisch stehen ein 24 Zoll Full HD Monitor von Asus, außerdem eine externe Festplatte mit ganz vielen Filmen drauf, eine PS3 Super Slim und als Peripherie einer Celotes T90 Maus auf einem Rocket Mousepad und eine Sharkoon Skiller Pro Plus Tastatur. Darunter steht der PC mit diesen Komponenten. Ich bin mit diesem Setup sehr zufrieden, weil der PC bei Full HD Games und bei Videoschnitt alles perfekt mitmacht. Ich verwende ein Dell Power HT20 mit einem Intel Xeon E3 Prozessor aus dem Jahre 2015, zur Bedienung ein Vacom Intuos Grafiktablet, ein Cherry MX Sport 3.0 und drei 27 Zoll Acer Monitore. Für Sound sorgen dann noch die Sennheiser HD 201 sowie die Logitech Z213 Boxen. Hallo, heute möchte ich euch meinen PC und meinen Schreibtisch zeigen. Im Rechner befindet sich ein i7-6700K mit 4x4 GHz. Dank Hyperthreading kann er bis zu 8 Threads gleichzeitig berechnen. Eine GTX 1060 mit 6 GB GDDR5 Grafikspeicher. Abgerundet wird das System mit 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher von HyperX. Auf meinem Schreibtisch stehen zwei 27 Zoll Monitore. Meine Tastatur ist die Rocket Ryaz MK Glow und als Maus verwende ich die Razer Mamba TE. Um Kabelseller zu vermeiden, sind PC und Schreibtisch über einen Kabelkanal miteinander verbunden. Hey, mein Schreibtisch besteht aus zwei braun-schwarzen, als Container von Ikea und einer weiß-lasehnten Holzplatte. Die Monitore bestehen aus einem Acer Mercury Free und einem älteren Hans-G-Monitor. Mein PC ist ein aus Standardkomponenten gebastelter Windows-PC. Soundtechnisch benutze ich einen Harmonon-Kamon-Verstärker. Unter dem Verstärker liegt noch mein Mitte 2012er MacBook Pro. Als Tastatur und Maus benutze ich eine MadKids Red T und eine Sharkoon Sharkzone K20. Mein Stuhl ist ein Sitzball. Hallo, ich bin Karl und das ist meine 30-jährige kündige Setup-Tour. An meinem Setup schneide ich die meiste Zeit Videos. Deshalb ist es für mich am wichtigsten, dass ich effizient arbeiten kann. Also, ich habe zwei Monitore, auf dem rechten immer die Timeline und auf dem linken folge die Videoausgabe oder die Ordner des Projekts. Ich schneide hauptsächlich mit Adobe Premiere Pro, aber auch mit Final Cut Pro X. Meine Bildschirme sind kalibriert. Ich verwende auch noch ein Mikrofon, mit dem ich auch dieses Rolls-Offer aufgezeichnet habe. Das ist der Zoom H5-Rekorder. Rechts steht dann noch ein Festplatten-Toaster, mit dem ich Projekte auf Festplatten archiviere. So, das war mein Desk-Setup. Viel Spaß! Das Herz des Ganzen ist der late 2015 21,5 Zoll große iMac mit 4K ReKina-Display. Unter dem iMac befinden sich ein einfacher USB 3.0 Hub sowie eine 1TB große Western Digital SSD. Auf der rechten Seite finden wir dann noch ein externes DVD-Laufwerk und das kabellose Philips-Headset SHD8600UG. Auf der linken Seite des iMac finden wir dann eine QI-Ladestation von Anker und eine Philips Living Colors. Zum Aufnehmen meiner Voice-Overs benutze ich ein Blue Snorball mit Popschutz. Hallöchen, ich bin Gaggle und das hier ist mein Setup. Hier verbringe ich die meiste Zeit eigentlich damit, Fotos und Videos zu bearbeiten, nur in letzter Zeit werde ich immer wieder ein bisschen abgelenkt. Und auch wenn mein Zweitmonitor nicht wirklich der beste oder neueste ist, erfüllt er dann auch seinen Zweck. Nämlich Twitter offen zu haben, während ich auf meinem Hauptmonitor meistens einfach nur Zelda auf meiner neuen Nintendo Switch spiele. Auf meinem Wiesel muss es immer regnen, wenn ich gerade klettern will. Für unterwegs habe ich dann noch ein Lenovo Yoga Book, mit dem ich zudem auch mein volles künstlerisches Potenzial ausüben kann. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Setup 2017. Meine Bildschirme sind die Asus VS27H. Als Eingabegeräte nutze ich die Rocket Rios MK Pro und die Logitech G502 Gaming Mouse. Zudem besitze ich eine Playstation 4 in schwarz. Mein Mikrofon ist das Rodey NT-USB. Hier ist das Setup nochmal im Überblick. Moin Moin und herzlich willkommen zu meinem Schreibtisch Setup. Als Computer benutze ich den iMac Late 2015 5K mit dem 3,2 GHz Intel i5 Prozessor. Als Eingabegeräte benutze ich die Wireless Tastatur von Apple sowie die Logitech MX Master als meine Maus. Und rechts befindet sich noch ein iPhone Halter von Spiegel. Das war's mit meinem Schreibtisch Setup. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschau. So, hallo. Das ist mein erster Monitor. Das ist mein zweiter Monitor. Hier haben wir meine Tastatur, meine Maus, mein Mauspad, mein Bildmikrofon. Dadurch rede ich gerade. Mein Ikea-Stuhl, ganz normal. Und hier haben wir einen PC mit einem Intel Core i5 und einer Palette 1060. So, hier auf dem Tisch liegt noch mein Handy. Und viel Spaß mit den weiteren Setups. Hey, ich bin's Maxim vom Kanal TestCheck und ich präsentiere euch heute mein Setup in nur 30 Sekunden. Also viel Spaß. Rechts und links finden wir zwei AEG Lautsprecher. In der Mitte steht mein 27 Zoll Samsung Curved Monitor. Unterhalb des Bildschirms finden wir mein kleines B-Ringer-Mischpult. Vor mir befindet sich dann mein iPhone 7, die Apple AirPods, das Magic Keyboard und die Magic Maus. Das war die kleine Setup-Tour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin raus, euer Maxim von TestCheck. Hier ist meine Desk-Setup-Tour. Das hier ist ein Schreibtisch vom Liner. Darunter steht mein WLAN-Gerät und mein PC. Ich blende euch hier mal die Specs ein. Ich habe einen Acer-Monitor draufstehen. Es ist auch ein HP-Tastatur- bzw. Lautsprecher-Setup montiert. Ein paar Stifter. Natürlich braucht jeder Elektrotechniker ein Isolierband. Hier verstaue ich die ganzen Dokumente für die Schuhe. Normalerweise liegen hier auch die Autoschlüssel, aber die habe ich mal weggeräumt. Hier liegen noch ein paar Festplatten. Ciao. Moin Valentin, ich zeige dir das mal mein Setup. Das Herzstück ist mein PC bestehend aus einer GTX 69 von Gigabyte und einem i5-6600. Dazu besitze ich einen 24 Zoll BenQ-Monitor. Ein zweiter folgt demnächst. Als Boxen nutze ich die Logitech Z200 und für gute Klangqualität das Tierbauen SC440. Nun zur Peripherie. Ich benutze Quadbeats 3 von LG als In-Ears. Mit dem G4 filme ich übrigens auch. Als Gaming-Maus, eine Jambird-LED-Maus und eine stinknormale Cherry-Tastatur. LED-Beleuchtung darf natürlich auch nicht am Schreibtisch fehlen, deshalb gibt es dort auch noch einen LED-Strip. Ciao Leute. Hey Valentin, du wolltest wissen wie mein Setup aussieht. Ein LG-Monitor, 24 Zoll, eben wie so ein billiger Media-Monitor, kabellose Tastatur, Maus von Trost, ein Lenkrad, ein PC von HP mit einem mittleren i5 drin und einer AMD Radeon R9, das Gaspedal zu dem Lenkrad und ganz viele Kabel. Ich habe hier versucht, die Kabel so schlicht wie möglich zu halten. Das war's. Ciao. Herzlich willkommen zur Desktop-Tour 2017. Ihr seht mein iMac aus 2011. Ein Rode-Mikrofon für die Audio-Aufnahmen. Eine klassische Apple-Tastatur und eine Logitech-Maus. Und für die Unterhaltung habe ich ein iTV. Ich hoffe, euch hat die Desktop-Tour gefallen. Als erstes habe ich meinen Sony-Fernseher mit einem 5.1-Surround-System und einem Apple-TV. Des Weiteren ein Acer-Laptop und anschliessend mein Gaming-Rechner mit einem 89Ti, 32 GB Quad-Core-Prozessor von 4,4 GHz. Anschliessend habe ich eine Rocket-Tastatur und eine RAD9-Maus, die wireless funktioniert. Noch meine Xbox One und meine PS4 mit diversen Controllern. Am Schluss sehen wir noch meinen Gesamtüberblick mit meinen für drei verschiedenen Monitoren, den Konsolen und meinen Gaming-PC. Wir starten mit ein paar Kabeln von der Marke Salat, meinem fetten Sermen-Gehäuse mit einer externen Festplatte obendrauf, einem Switch-Verlangen-Partys. Weiter geht es mit der Razer Black Widow X-Tastatur, mit der Level-Chroma, dem Speed-Link-Aus-Pad, dem Sync-Master 390BF, als zweiter Bildschirm, dem Hauptbildschirm Flatron E2340T mit Windows 10. Zwei Creative-Boxen werden über dieses Kabel hier, mit diesem fetten Brummer und diesem fetten Brummer verbunden, der mit diesem Verstärker bepowert wird. Da ich Schrott sammelt bin, habe ich iPod 3, 4, 5, 6, zwei Arte Handys, einen wichtigen Minecraft-Würfel, der leuchten kann. Einem Game Boy Advance, einem iPad R2 und einem Stuhl. Hey Leute, mein Name ist Chris oder auch Felice. Als Monitor benutze ich einen 144Hz 34 Zoll Ultra-Wide Monitor von LG. Weiter geht es dann zu meinem Equipment für die Musikproduktion. Darüber ist dann mein Audio-Interface von Audient. Weiter geht es mit meiner Gaming-Tastatur von DB Power. Als Maus verwende ich die Chakun Fire Glider. Für Aufnahmen verwende ich aktuell das Rode NT2-A. Und meine Kopfhörer sind relativ alte, aber durchaus gute Kopfhörer von AKG. Danke fürs Zuschauen, das war's. Hey Leute, das hier ist mein Schreibtisch. Hier habe ich meinen Computer, fertig PC von HP. Zusammen mit meinem 24 Zoll Full-HD-Monitor, meiner Tastatur, meiner Maus und meinem Samsung Meteor Mic. Hier mache ich immer meinen Hausaufgaben. Und da hinten kommt der Ton raus. Das ist ein Subwoofer mit einem ganzes Speaker. Und das ist mein ganzes Desk-Setup. Ja, gerade eben von Valentin noch gesehen, dass er noch ein paar Einzelne braucht für seinen Desk-Tour Megamix. Und da dachte ich mir, okay, machen wir das einfach mal. Hier mein Mikrofon mit meinem provisorischen Ständer. Dann meine Tastatur. Eine Mechanikstelle vom Razer. Bildschirm mit 23 Zoll. Dann hier der liebe Ludwig mit Kuchen zuvor. Da ist dann noch Festplatten und die Verpackung vom T-Bone. Und dann habe ich hier meinen Schreibtischstuhl, einen DX-Racer. Und von wem 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 sieht es dann so aus. Heute zeige ich euch mal meinen Schreibtisch. Wir fangen direkt an. Meine Maus ist eine Rocket Cone Pure auf einem Rocket Taito Mauspad. Das ist irgendeine Speedlink-Testatur. Ein roter NT1A angeschlossen und ein Beringer Xenix 1002. Und so sieht es bei Nacht aus. Tschüss. Willkommen zu meiner DEST-Tour 2017. Das Kernelement mein PC besteht aus einem Intel Core i5, einer GeForce GTX 1060 und 16 GB DDR3 Cruiser Ballistics Arbeitsspeicher. Meine Eingabegeräte sind die Razer DeathAdder und die Sharkoon Skiller Pro. Außerdem besitze ich zwei 22 Zoll Monitore und eine 85 Zoll Leinwand, worauf ich abends gerne einen Film gucke. Viel Spaß mit den weiteren Setups. Auf meinem Schreibtisch befindet sich ein iMac 21,5 Zoll, ein Monitor von Acer ebenfalls 21,5 Zoll, ein Rocket Mousepad und eine Gaming-Maus, ein selbstgefrästes Dock mit der Apple-Tastatur und dem Apple Magic Trackpad, ein HP-Drucker, eine Schreibtischlampe, ein Yamaha Radio mit einer Box und noch einer Box, ein Asus-CD-Laufwerk, eine Western Digital Festplatte und ein Speedlink-Use. Willkommen zu meiner Setup-Tour. Das Herzstück meines Setups ist mein PC. Wie man sieht, befasse ich mich viel mit Audio-Technik. Hier befindet sich mein Haupt-Mesh-Polt. Hier befindet sich mein zweites Mesh-Polt. Hier ist mein kleiner Verstärker für meine kleinen Lautsprecher. Hier noch ein Subwoofer für die leichten Bässe. Hier unten befindet sich meine kaum genutzte Xbox. Hier sind meine Haupt-Lautsprecher, zwei Monitore. Jeweils davor befindet sich ein kleines Licht. Hier ist das Lichtpult zum Ansteuern der Lichter. Das war's mit meiner Setup-Tour. Das ist mein Setup. Eine Logitech K800 und eine M705. Mein Rechner mit den Daten rechts unten. Dies ist mein Monitor. Ein LG Flatron W2443T. Für Sound sorgen die Logitech Z4-Boxen mit Subwoofer. Für Reisen benutze ich meine Bose QuietComfort 35. Das war mein Setup. Danke fürs Zuschauen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen beim Handy College des 2017. Im Hintergrund seht ihr meinen Fernseher, der gleichzeitig mein PC ist mit einer Funkmaus und einer Funktastatur. Und meine beiden Mäuse Lilly, die ständig die Aufnahmen stört. Und hier der Casimir. Und dann seht ihr hier oben auch noch zwei Lichtringe, beziehungsweise den einen hier und den anderen hinter mir. Das ist das, was ich gegen die Softboxen getauscht habe, weil die Aufnahmen viel besser werden, so finde ich. Das ist mein Desk 2017. Das ist mein Studio, bei dem das Handy College entsteht. Das ist mein Studio, bei dem das Handy geht. Das ist mein Studio, bei dem das Handy geht. Das ist mein Studio, bei dem das Handy geht. Das ist mein Studio, bei dem das Handy geht. Das ist mein Studio, bei dem das Handy geht. Das ist mein Studio, bei dem das Handy geht. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.